Frustriert? Niedergeschlagen? Krise! In Zeiten erhöhter emotionaler Belastungen und herabgesetzter Frustrationstoleranz ist es von unabdingbarer Wichtigkeit, rechtzeitig gegenzusteuern. Sei es nun, dass sich ihr hart erarbeitetes Vermögen über Nacht in Luft auflöst, Freundin vult Stress bei der Arbeit oder ohne, oder ist ihnen ihr offenkundig psychopathischer Chef heute mal wieder so richtig auf den Sack gegangen. Früherkennung, richtige Diagnose und richtige Therapie können Schlimmeres verhindern. Amerikanische Forscher haben nun, und das ist in unzähligen Studien belegt herausgefunden, dass emotional psychischer Stress ein wahrer Killer sein kann. Wir von der Phononormforschung konnten in jahrelanger Laborarbeit dem Phänomen auf die Schliche kommen und es ist uns gelungen, ein Präparat zu entwickeln, das Frustschutzmittel ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Frustschutz. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.